Hallo, mein Name ist Peter, ich arbeite als Elektriker bei der PPU. Zu meinen Aufgaben sind Planung, Projektierung, Installation von Scheitschränken, die komplette Containerinstallation über Leuchten, Lüftungen, Motoren anschließen bis hin zur Inbetriebnahme zum Schluss, bevor die Anlage in sehbeuliches Land ausgeliefert wird. Als zusätzliches Aufgabengebiet habe ich noch die ganzen Kleinkläranlagen, die mit verschiedenen Steuerungen und Verdichtern bestückt werden, die ich dann zusammenbaue hier. teste und anschließend ausliefere. Warum Leute sich hier für Clearfox entscheiden sollen? Wir haben ein großes Produktangebot, viele Individualangebote auf den Kunden zugeschnitten, die viel Planungsarbeit und technisches Wissen erfordern, wo wir unseren Mitbewerbern ein gewisses Stück voraus sind in dieser Hinsicht.